Hohe Synode, sehr geehrte Gäste, liebe Schwestern und Brüder in Christo. Einmal im Jahr auf der Herbstsynode lege ich Ihnen als Landesbischof einen Bericht vor mit Themen und Gedanken über das, was uns in der Landeskirche und was mich beschäftigt. Die Zeit scheint aus den Fugen und die Potenzierung der Konflikte in unserer Welt macht uns schwindelig. Es ist schwer, einen kühlen Kopf und ein empfindsames Herz zu behalten. Es scheint vielen ganz und gar unwahrscheinlich, dass wir Menschen Gewalt und Hass besiegen können. Die Hoffnung auf Frieden und Gerechtigkeit gibt sich verzagt und kleinmütig. Wir lassen uns durch Bilder und Berichte aufregen und lenken, aber was davon ist Teil von Kriegspropaganda und was ist wahr? Das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit und der Krieg ist selbst ein Verbrechen. Und die Weltgemeinschaft hat vor langer Zeit, nach 1945, sich eine Ordnung gegeben, die Kriege verboten hat. Alle Völker haben unterschrieben, doch die Wirklichkeit ist eine andere. An über 20 Orten tobt das Morden und Töten. Wir haben in der Friedensdekade, die heute endet, die Welt ins Gebet genommen und zu Gott gerufen. Und ich danke allen, die ihre Hände mitgefaltet haben. Sich an Gott festhalten und sich vergewissern. Unser Ziel ist und bleibt das Ende von Gewalt, Frieden in Gerechtigkeit und in Bewahrung der Schöpfung. Aber viele von uns sind verzagt und erschöpft. Kannst du den Worten Gottes, kannst du den Worten Jesu vertrauen, dein Leben auf seine Liebesbotschaft inmitten des Kriegslärms und des Hasses gründen und auf diesen Fällen bauen oder baust du lieber auf die Treibsande der kurzfristigen Empörungen? Wie wird es weitergehen? Im nächsten Jahr stehen die Wahlen in Europa und Thüringen vor der Tür. Wir sind gefordert. Das Bild der Friedensdekade in diesem Jahr ist ein kaputter Kompass. Ist die Orientierung zerstört? Was können wir sagen, beten, hoffen? Wird den Gewalttätern und Brutalen, den Judenhassern und Rassisten, den Achtlosen und Selbstgerechten gehören? Nein, sagt Jesus, selig sind die Sanftmütigen, denn ihnen wird das Erdreich gehören. Darauf will ich hören, darauf sollen wir hören. Gott hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle, die mir ohne Ursache feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig. So beten unsere jüdischen Geschwistern diesen Tagen. Die Psalmen sind ein Schatz, den wir mit den jüdischen Geschwistern teilen dürfen. Jahrtausende lang durchgebetete Worte, die ein Geländer sind, wenn die eigenen Worte fehlen. Die Berichte und Bilder von den entsetzlichen Taten der Hamas-Terroristen am 7. Oktober in Israel stehen uns allen noch vor Augen und machen uns sprachlos. Gezielt wurden Jüdinnen und Juden getötet und entführt. Kinder, Jugendliche, alte, unschuldige Menschen. Nur weil sie Juden sind. Das war ein brutal ausgeführter Progrom. Das war geplanter Terror, der für die Menschen in Israel und in Gaza Tod und Verderben bringt. Denn die Terroristen haben kein Mitgefühl mit denen ihren in Gaza auch nicht und tun nichts, um die Situation zu verbessern. Sie benutzen stattdessen alles in ihrem Wahn Israel auszulöschen und treiben so auch die Palästinenser ins Elend. Erschrocken und entsetzt bin ich über die Beifallsbekundung für den Terror der Hamas und darüber, dass sich Jüdinnen und Juden in unserem Land nicht mehr sicher fühlen. Wie schnell sich in Deutschland und der ganzen Welt der Antisemitismus verschärft hat, ist erschreckend. Wir stehen fest zu den jüdischen Gemeinden hier in Mitteldeutschland und verurteilen auf das Schärfste jeden Judenhass. Antisemitismus ist Sünde. Hier kann es keine Relativierung geben. Die verheerenden Wirkungen, die dieses Pogrom für das Lebens- und Sicherheitsgefühl unserer jüdischen Geschwister in unserem Land hat, können wir kaum in der Tiefe erahnen. Und wenn Sie hören, was unsere Gemeinden hier berichten, dann ist es unglaublich. Wir als evangelische Kirche in Mitteldeutschland leiden an der Seite unserer Geschwister und stehen in Solidarität zu ihnen. Die Bilder aus Gaza und die Situation der Zivilbevölkerung dort beklagen wir und hoffen auf ein Ende der Gewalt. Wir bleiben in doppelter Solidarität mit den Menschen in Israel und Palästina verbunden. Beides ist nicht gegeneinander zu setzen und braucht einen differenzierten Blick. Bei unterschiedlichsten Positionen unter uns sind wir uns doch mit unseren jüdischen Geschwistern in Israel und hier in Deutschland einig, dass das Schicksal der Geiseln unerträglich und bedrückend ist. Wir fordern ihre Freilassung und schauen jetzt gespannt, ob das, was Katar verhandelt hat, eine viertägige Feuerpause und die ersten Freilassungen in die Wirklichkeit findet. Nur mit der Freilassung der Geiseln kann der Krieg ein Ende finden. Lasst uns darum mit einem jüdischen Gebet für die entführten Kinder, Frauen, Männer und Alten beten. Der unsere Väter, Abraham, Israq und Jakob und unsere Mütter Sarah, Rifkach, Rachel und Lea segnete, segne die Gefangenen und die Entführten, die in der Hand des Bedrängers und des Feindes sind, Frauen, Männer, Kinder und Alte. Möge der Ewige ihnen Kraft verleihen, ihr Leid auszuhalten, bis das Licht wieder zu ihnen kommt und sie der Befreiung und der Heimkehr in ihr Zuhause und zu ihren Familien teilhaftig werden. Gebe der Ewige in das Herz ihrer Hescher und Bewacher Gottesfurcht, damit sie sich ihnen gegenüber anständig und menschlich verhalten. Verleihe der Ewige den Regierenden in Israel und auf dem Erdkreis Entschiedenheit, um furchtlos und ohne zu säumen für eine schnelle und sichere Freilassung zu wirken. Gebe der Ewige uns Kraft, um inmitten dieser Qualen auch das Herz und den Geist ihrer Familien und Liebenden zu stärken, bis sie heimkehren und ihre Lieben wiedersehen können. In Freude und zum Trost, zum Leben und zum Frieden. Daraufhin lasst uns sprechen. Amen. Sanftmut statt Kampfmut braucht es, damit an einer nachhaltigen, friedlichen Lösung gearbeitet werden kann. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. So lesen und hören wir in der Heiligen Schrift. Das widerspricht dem, was vor Augen ist. Das Erdreich besitzen doch viel eher die Hochmütigen und die Gewalttätigen, die Übermütigen. Kein Bereich der Erde ist vor ihnen sicher. Sie wissen, ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und wenn sie politische und dazu noch militärische Machtmittel besitzen, dann versuchen sie alles, um mit Gewalt ihren Besitz auf Erden zu mehren. Wir sehen es jeden Tag. Die Sanftmütigen haben keine Chance. In ihrer bedächtigen, freundlichen, achtsam, leisen und zurückhaltenden Art ernten sie eher Spott und Hohn, werden an den Rand gedrängt und stehen meist mit leeren Händen da. Jesus weiß, wie wehrlos die Sanftmütigen sind. Jesus kennt die Schwäche der sanftmütigen Haltung. Und dennoch ermutigt Jesus Menschen beharrlich, eben mit sanftem Mut, das erbitterte Streiten und den ständigen Unfrieden unter den Selbstgerechten zu überwinden und als Kinder Gottes zu leben. Kinder Gottes verzichten darauf, sich mit Gewalt durchzusetzen. Und sie muten sich einiges zu, wenn es darum geht, den anderen, den Fremden zu lieben wie sich selbst. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen, Frieden fertigen, Frieden stiften, Frieden machen, wollen die Sanftmütigen und zwar mit sanften Mut. Und dazu zählt, mein Gegenüber zu Wort kommen zu lassen, meinem Gegenüber wirklich zuzuhören und mein Gegenüber gelten zu lassen. Habe ich, haben wir immer genug zugehört? Wollen wir Frieden stiften mit sanften Mut oder wollen wir Recht haben und uns durchsetzen und Recht behalten? In der Zeit der Pandemie, in Zeiten von Krieg in Europa und Krieg im Nahen Osten, in Zeiten von zunehmender Migration und verschärften Debatten um den Klimawandel und den Umgang mit seinen Folgen, in Zeiten multipler Krisen also, müssen wir uns eingestehen, dass wir nicht immer genug zugehört haben. Es übersteigt, was wir vermögen. Nun könnten wir daran resignieren und die Sinnlosigkeit unseres Tuns beklagen. Und so mancher möchte einstimmen in die zweite Strophe unseres Reformationsliedes. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Wir werden es nicht schaffen, die Kriege auf unserer Erde bald zu befrieden, den Klimawandel zügig zu begrenzen und die Lebensbedingungen in den Ländern des globalen Südens so zu verbessern, dass Gerechtigkeit herrscht und das Elend niemand mehr nach Europa treibt. Ja, wir schaffen es oft nicht einmal, die verschiedenen gesellschaftlichen Meinungen unserem Land miteinander ins Gespräch zu bringen und im Gespräch zu halten, sodass ein Wahrnehmen möglich wird. Zu erregt und wutmütig statt sanftmütig finden die Auseinandersetzungen statt. Aber wir resignieren dennoch nicht. Was lässt mich weitermachen, oft gegen allen Augenscheinen und auch gegen interne Widerstände? Was lässt uns hoffen, dass der sanfte Mut und unsere geschundene Welt darin zurechtzurücken sind? Wir können unsere Hoffnung nur darein setzen, dass uns der Herr schon gerecht gesprochen hat und dass er selbst es ist, der die Welt erhält und die Kirche baut. An diesem Glauben halten wir fest. Nur wenn wir uns Gott anvertrauen, wird sich unser Glauben bewähren können. Nur wenn wir alles von Gott erwarten und auf das Kreuz schauen, werden wir gerettet. Sanftmut ist dabei ein Spezifikum in vielerlei Hinsicht und sie ist einzuüben. Zunächst einmal begegnet uns dieses Wort im Kontext der Bergpredigt nur bei Matthäus. Es sind die Sanftmütigen, die selig gepriesen werden. Und darüber hinaus kennzeichnet das Adjektiv im Matthäus-Evangelium Jesus selbst. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das im Griechischen dafür verwendete Substantiv, Prautes, liefert ein wesentlich breiteres Wortfeld, als wir das im Deutschen einfach übersetzen können. In gewisser Weise wird in diesem einen Wort ein ganzer Katalog an tugendhaften Eigenschaften vereint. So werden sanftmütige Menschen unter anderem charakterisiert als freundlich, beruhigend, geduldig, einfühlsam, verständnisvoll, bescheiden, friedlich und selbst beherrscht. Aristoteles erläutert Prautes, Sanftmut, in seiner nekomachischen Ethik als Tugend, die wie jede Tugend der Mittelweg ist zwischen zwei Extremen, in diesem Fall zwischen hemmungslosen Zorn und auf der anderen Seite übertriebener Gleichgültigkeit. Er schreibt, ein sanftmütiger Mensch ist zornig am rechten Ort, gegen die richtige Person in der richtigen Art, im richtigen Augenblick und in der richtigen Dauer. Die Kraft der Leidenschaft wird mit Milde vereint. So gibt es in der Tat kein besseres Beispiel für einen sanftmütigen Menschen als Jesus selbst. Er findet zu jedem Zeitpunkt das richtige Maß. Freundlich und verständnisvoll fällt er sich gegenüber den Menschen, doch er wirft auch zornig die Tische und Stühle der Verkäufer und Wechsler im Tempel um. Trotz seiner göttlichen Natur und großen Macht wählt er den menschlichen Tod in Ohnmacht. Eine vollkommenere Selbstbeherrschung, ein klarerer Sanftmut ist schwerlich vorzustellen. In der weisheitlichen Literatur werden Menschen als glückselig gepriesen, weil ihnen etwas von Gott geschenkt wird. Gott ist die Quelle des Geschenks. Somit ist Gott auch die Quelle der Sanftmut. Durch Gottes Gnade werde ich ein Teil der neuen Welt. Sanftmut ist die Frucht seines Geistes, der auch in mir wohnt. In der Seligpreisung der Sanftmütigen steckt also Bestätigung und Aufruf zugleich. Die Sanftmut in uns kommt von Gott, doch müssen wir ihr in unserem Leben auch Ausdruck verleihen und Gestalt geben. Zuspruch und Anspruch. Es braucht eine Sanftmutsschule zur Entfaltung dieser Gabe. Täglich kann ich, täglich kannst du, täglich können wir daran arbeiten. Unser Land und unsere Streitkultur braucht das. In jüngster Zeit ist viel von apokalyptischen Zuständen die Rede nicht nur im Blick auf die weltweit zunehmenden Kriege und Konflikte, sondern auch hinsichtlich der Klimaveränderung auf unserem Planeten und nicht zuletzt auch im Blick auf die Zukunft unserer Kirche. Alles scheint ins Rutschen gekommen zu sein. Aber biblische Apokalyptik ist Protest und Hoffnungsrede und keine Panikmache. Apokalypse bedeutet nicht Weltuntergang, sondern Offenbarung und Enthüllung dessen, was noch nicht vor Augen ist. Für uns Christen geht es auf das himmlische Jerusalem, auf das Friedensreich zu, wo das sanftmütige Lamm herrscht, wo alle Tränen abgewischt werden und das Leid ein Ende hat und die Wahrheit klar zutage tritt. Von diesem Reich her gilt es, das heute zu gestalten, also Hoffnung, Protest und Trost für die Gegenwart, die es uns nicht leicht macht und in der wir uns und die ganz normalen Dinge wie Haushalt und Personalgewinnung, Gestaltung unserer Gemeinschaft, aber auch unsere kirchlichen Strukturen und Gebäude uns darum kümmern müssen und uns bemühen wollen, dies sanftmütig miteinander zu gestalten. Auf der vierten Tagung der dritten Landessynode der EKM im November 2022 haben wir hier im Plenum den Personalbericht unseres hochgeschätzten Personaldizernenten Michael Lehmann gehört und anschließend ausführlich diskutiert. Im Beschluss zum Personalbericht wurde festgehalten, dass die aufgezeigten drängenden Fragen und die hilfreichen Perspektiven unter anderem vom Ausschuss Gottesdienst, Gemeindeaufbau und Theologie in Abstimmung mit dem Personaldezernat weiter zu bearbeiten sind. Es ging darum, wie die Anstellung und Verkündigungsdienst attraktiver bzw. noch attraktiver gestaltet werden können, weiterhin um verschiedene Maßnahmen, die Personalgewinnung und Anstellungsfähigkeit betreffen, sowie um Fragen der Ausbildung und der Ermöglichung von Quereinstiegen. Zu dieser letzten im Synodenbeschluss Drucksache Nummer 55b unter drittens Ausbildung und Quereinstiege benannten Arbeitsaufgabe, die im Personalbereich benannten Perspektiven und Themen mit der konzeptionellen Betrachtung von Gemeindeentwicklung und Gemeindeaufbau kirchentheoretisch zu verschränken, hat sich der Ausschuss für Gemeinde, Gemeindeaufbau und Theologie AGGT auf der Frühjahrstagung auf Formen der Weiterarbeit verständigt und für den 28. Oktober einen ganztägigen Werkstatttag des AGGT und des Dezernatspersonal verabredet, vor dem ich Ihnen kurz berichten möchte. Gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern des Personaldezernats diskutierte der Ausschuss einerseits die aktuellen Bedarfe der Kirchengemeinden nach Leistung des beruflichen Verkündigungsdienstes angesichts des auch in unserer Kirche entstehenden zunehmenden Personalmangels. Andererseits verglichte der Ausschuss die künftige Erfordernisse und Bedürfnisse der Kirchengemeinden mit den Ausbildungen und Qualifikationen der künftig notwendigen Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst. Hierbei richtete sich der Blick neben den herkömmlichen Zugangswegen auch auf Ehrenamtsausbildungen wie den kirchlichen Fernunterricht, das Diakonische Bildungsinstitut und das kirchenmusikalische Seminar. Ebenso wurden weitere Studienrichtungen, wie zum Beispiel der Masterstudiengang Pioneer Ministry, der sich seit diesem Wintersemester an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena angeboten wird, in den Blick genommen. Der AGGT hat dabei festgestellt, dass der Verkündigungsdienst, wie er in der EKM praktiziert wird, bestehend nämlich aus pastoralen Diensten, gemeindepädagogischen, kirchenmusikalischen und gemeindediakonischen Diensten, einen tragfähigen Rahmen für weitere ergänzende Verkündigungsberufe bietet. Der AGGT hat einer vom Landeskirchenrat eingesetzten Arbeitsgruppe Perspektiven für den Verkündigungsdiensten der EKM, Hinweise für dessen Arbeit gegeben. Gleichzeitig hat er das Landeskirchenamt aufgefordert, kurzfristige Anstellungsmöglichkeiten zu eröffnen für qualifizierte und geeignete Personen, die die derzeitigen Verkündigungsberufe wirksam ergänzen können. Ich komme zu meinem nächsten Punkt, der bischöflichen Visitation des Arbeitsfeldes Seelsorge. Meine geschätzte Vorgängerin hat gemeinsam mit der Synode ein neues Visitationsgesetz auf den Weg gebracht, das ein neues Visitationsverständnis entfaltet. Nicht mehr der Kontrollbrick, der unsanft das Unfertige und Nichtgelingende in den Mittelpunkt stellt, soll die Visitation bestimmen, sondern der sanfte, freundliche Blick. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen, könnte über diesen neuen Geist der Visitation stehen. Gemeinsam und freundlich die Dinge besehen und miteinander und voneinander lernen. So haben wir auch die bischöfliche Visitation des Arbeitsfeldes Seelsorge durchgeführt, die sich jetzt in der Phase der Auswertung befindet. Das Interviewmaterial wurde verschriftlicht und anonymisiert und anschließend mithilfe einer Software für die weitere Analyse aufbereitet. Jede einzelne Aussage wurde einer bestimmten Inhaltskategorie zugeordnet, sodass es nun möglich ist, gezielt bestimmte Fragestellungen zu beantworten. Die weitere Auswertung haben wir zweigleisig verabredet. Der einberufenden Visitationsgruppe hat sich in vier Arbeitsgruppen neu formiert. Eine Arbeitsgruppe befasst sich grundlegend mit dem Seelsorgebegriff der EKM. Zwei weitere Gruppen analysieren das Interviewmaterial und beschreiben die dort genannten Hindernisse und Ermöglichungsfaktoren für Seelsorge sowie landeskirchliche Gestaltungsspielräume für die Zukunft der Seelsorge. Und eine vierte Gruppe wertet die quantitative Umfrage aus, die im letzten Sommer online durchgeführt wurde. Alle vier Gruppen treffen sich regelmäßig, um ihre Erkenntnisse miteinander zu teilen und in einem Gesamtbericht zusammenzuführen. Neben dieser landeskirchlichen Auswertung steht die wissenschaftliche Auswertung, die von Frau Prof. Dr. Corinna Dahlgrün dankenswerterweise jetzt auch in ihrem Ruhestand weiter koordiniert wird. Etwa 15 namhafte Autoren und Autoren werden auf Basis des Interviewmaterials wissenschaftliche Aufsätze zu Fragen der Seelsorge schreiben, die auf dem Material basieren. Diese Beiträge werden in einem digitalen Aufsatzband veröffentlicht, der online frei und kostenlos zugänglich sein wird. Die Ergebnisse der landeskirchlichen und der wissenschaftlichen Auswertung werden wir der Synode auf der Herbsttagung 2024 vorlegen. Darüber hinaus wird es im nächsten Herbst verschiedene Veranstaltungen geben, bei denen die Ergebnisse der Visitation mit Fachexpertinnen und SeelsorgerInnen kommuniziert und diskutiert werden. Wir haben hier eine der umfangreichsten Visitationen der Seelsorger in Gang gesetzt und ich bin insbesondere Magdalena Steinhöfel, die wir für die Auswertung mit einer Projektstelle im Bischofsbüro gewinnen konnten, sehr dankbar, dass durch ihre großartige Arbeit die Auswertung mit großen Schritten voranschreitet. Sie können sich schon auf die Ergebnisse im Herbst nächsten Jahres freuen. Wir müssen und wir dürfen uns jetzt einem Hauptthema unserer Synode zuwenden, das uns seit Jahren beschäftigt und das viele so gerne abwehren würden, weil es schmerzt und vor allem beschämt. Sexualisierte Gewalt und Grenzverletzungen in unserer Kirche. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen, habe ich über meinen Bischofsbericht geschrieben. Sanftheit und vor allem viel Mut brauchen wir für dieses Thema. Das ist ernst und schwer, berührt das Innerste eines jeden und einer jeden von uns und auch das Verständnis davon, wie wir Gemeinde und Kirche sein wollen, wie wir miteinander leben. Gewalttäter haben mit sexualisierter Gewalt bewirkt, dass den Betroffenen ihre Perspektive, Lebensmöglichkeiten, ja, die Erde genommen wurde und wir spüren, wie schwer es ist, wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Wir wollen hinsehen, wahrnehmen und dann einstehen dafür, was geschehen ist und Verantwortung übernehmen. Wir müssen uns konfrontieren lassen von dem, was Betroffene durchlitten haben und welch furchtbare Folgen das für ihre gesamte Lebensbiografie hat. Sexualisierte Gewalt ist ein Verstoß gegen das erste Gebot, das Gebot der Gottesverehrung. Die beschuldigten Personen erheben sich mit ihrer Tat gegen Gott und praktizieren Gotteslästerung. Wo die Schwachen missachtet und Gewalt unterworfen werden, da wird Gott selbst missachtet. Und Christus, der uns in den Schwachen begegnet, wird Gewalt angetan. Menschen, die sexualisierte Gewalt innerhalb der Kirche erlebt haben, wurden in den letzten Jahren zwar angehört, aber viele von ihnen haben erleben müssen, dass sie zwar gehört, aber nicht verstanden werden. Vielen Betroffenen ist es aufgrund ihrer Traumatisierung auch schlicht nicht möglich zu sprechen. Nicht selten mussten sie das Erlebte abspalten, um überhaupt weiterleben zu können. Oft über viele Jahre, wenn nicht über Jahrzehnte hinweg. Ist der traumatisierte Mensch außerstande, das Erlittene zu erzählen. Es ist zwar als Bild, als Geruch oder sonstiges sensorisches Erleben abgespeichert, nicht jedoch als Sprache. Wenn Menschen mit solchen Gewalterfahrungen den Mut und die Kraft aufbringen, können gegenüber Seelsorgern und Seelsorgern ihre Erfahrung anzudeuten oder gar auszusprechen, treffen sie oft auf Hilflosigkeit. Sie begegnen einem Gegenüber, dessen Entsetzen über das Gehörte so groß ist, dass es außerstande ist, überhaupt oder gar angemessen darauf zu reagieren. Manche bagatellisieren das Erlittene. Sie wissen nichts davon, dass die Folgen der Gewalt als Flashbacks, als Intrusionen, also ein Wiedererinnern und Wiedererleben der traumatischen Ereignisse und Situationen oder auch als Konstriktionen, als schockartiger Erstarrungszustand, lange nach dem Ende der Gewalt und nicht selten bis zum Lebensende immer wieder auftreten und anhalten können. Unsere Bibel berichtet von mannigfachen Gewalterfahrungen. Über die gesamte Kirchengeschichte hinweg ließen sich zudem Einschläge Zusammenhänge zwischen kirchlichen Institutionen und struktureller Macht und Gewalt aufzeigen. Aber darauf liegt heute nicht mein Fokus. Mir geht es darum, darauf hinzuweisen, dass die Bibel häufig und vehement Partei für das Schicksal von abhängigen, schwachen und Schutzbefohlenen einnimmt. Mütter freuen sich über das Wunder der Geburt oder trauern eben den Tod ihrer Kleinen. Die Pharaon-Tochter rettet das Kind Mose aus dem Nil, dem totgeweihten Isaak, spricht Adonai neues Leben zu. Das Kinderopfer wird ein für allemal beendet und ist tabu. Beschützt ist der kindliche Träumer Josef. Und Abrahams Kind Ismael bewahrt Jachwe, Engel, vor dem Tod und der Wüste. Das Kind Maria und Josefs Jesus wird von Herodes beschützt. Gewiss, die Bibel kennt auch grausame Kindergeschichten. Sie führen zu Klage und Protest. Rahel weint um ihre Kinder und die Klagelieder schreien darüber zum Himmel. Das gilt auch für die Jesusberichte bei Matthäus. Jesus segnet die Kinder, weil ihnen das Himmelreich gehört. Er stellt die Kleinen dem Ehrgeiz der Jünger gegenüber und spricht ihnen ein Engel vor Gottes Antlitz zu. Den Unmündigen, nicht den Klugen offenbart Gott alle Weisheit. Immer wieder berichten Betroffene, dass Seelsorger ihnen nahelegen, den Beschuldigten Personen zu vergeben. Reue und Bekenntnis des Beschuldigten werden dabei nicht und nur selten thematisiert. Oft wird darauf hingewiesen, dass Jesus seinen Mördern vergeben habe. Übersehen wird aber, dass Jesus unter der Gewalt leidend am Kreuz nicht vergibt, sondern vielmehr seinen Vater im Himmel darum bittet, seinen Mördern zu vergeben. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Die schnell geäußerte Forderung der Vergebung von Schuld muss deshalb theologisch im Gewaltkontext genauer eingeordnet werden. Vergebung wird von oben nach unten gewährt, wie es im Vaterunser formuliert ist. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ohne dass der Täter über seine Schuld nachdenkt und sie anerkennt und die Bitte um Vergebung auf einem langen, schmerzlichen Weg gereift ist, wird ein Prozess, an dessen Ende gegebenenfalls eine an Gott gerichtete Vergebungsmitte stehen kann, nicht beginnen können. Die biblischen Texte machen deutlich, wer das Gottvertrauen und das Zutrauen zum Nächsten in einem anderen Menschen zerstört, lädt schwerste Schuld auf sich. Und die betroffenen Personen haben genau das erlebt. Ihr Vertrauen ist zerstört worden. Zum Lebensweg eines Menschen, der sexualisierte Gewalt erlebt hat, gehört es, anerkennen zu müssen, dass er ohnmächtig hilflos und ausgeliefert war, er sich nicht wehren und die Situation womöglich nicht durchschauen konnte. Das ist schwer zu ertragen, oft überhaupt nicht zu ertragen. Scham und Schuldgefühle stellen sich ein. Menschen mit sexualisierten Gewalterfahrungen wäre gedient, wenn wir selbstverständlich davon ausgehen, dass sie nicht die anderen sind, uns nicht irgendwie gegenüberstehen, sondern ein ganz normaler Teil der Gesellschaft und damit auch unserer Kirche. Wir müssen verstehen, dass Betroffene allgegenwärtig sind, mitten in unseren Gemeinden, im Gottesdienst, als Kinder, Frauen, Männer, als Haupt- und Ehrenamtliche. Um angemessen reagieren zu können, brauchen wir die stetige Bereitschaft, die eigenen Einstellungen und Sicherheiten zu überprüfen. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir als Menschen der Kirche an der Seite von Gewaltbetroffenen stehen können. Wie kann unsere Kirche ein sicherer Ort für sie sein und werden? Dazu gehört zuerst, dass wir ihnen zuhören und unsere Kirche ein Ort ist, wo ihr Leiden und ihre Verletzungen zur Sprache kommen dürfen. Wir können und müssen daran mitwirken, dass die betroffenen Personen bei uns Verstehen, Anerkennung und einen sicheren sozialen Ort haben und dass es immer mehr Menschen gibt, die wissen und verstehen und dazu helfen, dass wir auf das Leid der Betroffenen schauen und immer zuerst ihre Perspektive einnehmen, ohne sie zu vereinnahmen. Wir haben verabredet, dass es für die Betroffenen die Möglichkeit gibt, mit dem Landesbischof zu reden. Denn einige haben dies wahrgenommen und ich bin sehr dankbar für die Gespräche. Sie haben mich ahnen lassen, was Betroffene durchmachen, wenn sie sich den Traumata der sexualisierten Gewalt stellen, wenn sie Worte für das Erlebte suchen und finden. Dabei habe ich erfahren, wie schwer es für die Betroffenen ist, in unseren Disziplinarverfahren die Geduld aufzubringen und die langen Zeitabläufe zu ertragen, die das Gefühl des Ausgeliefertsein wieder aufrufen, was oft unerträglich ist. Mich haben die Berichte sehr beeindruckt, und ich habe erfahren, dass der Glaube für viele Betroffenen trotz der zerstörerischen Erfahrung durch kirchliche Mitarbeiter eine wichtige Quelle der Stärkung des eigenen Lebens ist. Ich bin allen Betroffenen dankbar, die sich bei uns gemeldet haben und danke für ihren Mut und heute auch nochmal ausdrücklich für diesen Gottesdienst, der schwer bewegend war, in dem, wie sie Worte gefunden haben. Seit nunmehr zehn Jahren arbeiten wir mit dem Kurs Grenzen achten, sicheren Ort geben und sensibilisieren damit unsere hauptamtlichen Mitarbeitenden präventiv. Die Teilnahme an diesen Kursen ist verpflichtend und seit 2022 auch Bestandteil des Vikajats. Seit Juni 2021 ist in der EKM das Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in Kraft. Die dort geregelte Ansprechstelle ist eingerichtet und arbeitet. Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass Pfarrerin Dorothea Herfert-Rocke für diese Aufgabe zu gewinnen war und wir haben heute und auch in den letzten zwei Jahren erlebt, was für eine segensreiche Arbeit sie dort tut. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Sie wird morgen berichten und wir haben dann auch Zeit, einige Stunden, um uns dem Thema auch jeweils in kleinen Gruppen intensiv zu nähern. Die Ansprechstelle sind im Jahr 2022 sechs Grenzverletzungen gemeldet worden. In diesem Jahr waren es bislang zwölf Fälle. In den Jahren 2012 bis 2023 haben in der EKM 20 betroffene Personen Anerkennungsleistungen in Höhe von 352.000 Euro bekommen. Zwei Personen haben darüber hinaus Unterstützungsleistungen in Höhe von 20.000 Euro bekommen. Als Dienstleister für die gemeinsame Meldestelle der EKM, der Kirche Anhalts und der Diakonie Mitteldeutschland arbeitet seit Oktober 2023 das evangelische Jugend- und Fürsorgewerk Kind im Zentrum KITZ in Lutherstadt Wittenberg. In den letzten Monaten haben das Kinder- und Jugendfarmt und die Ansprechstelle eine Rahmenschutzkonzeption für die Landeskirche entwickelt, auf dessen Grundlage ab Januar 2024 Schutzkonzepte in den Kirchenkreisen und den Werken und Einrichtungen implementiert werden sollen. Damit dies zügig geschieht und die Präventionsarbeit professionalisiert wird, haben wir für diese Aufgabe bis Ende 2026 zwei Mitarbeiterinnen eingestellt. Die EKM ist Teil der sogenannten Forum-Studie, die die EKD in Auftrag gegeben hat. Forschungsverbund zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Missbrauchsformen in der evangelischen Kirche und Diakonie in Deutschland. Diese Aufarbeitungsstudie geht zurück auf einen EKD-Synodenbeschluss aus dem Jahr 2018. Der Auftrag lautete, eine externe wissenschaftliche Gesamtstudie durchzuführen, die die systemisch bedingten Risikofaktoren für sexualisierte Gewalt in Kirche und Diakonie analysiert. Die Studie wurde öffentlich ausgeschrieben. Ein unabhängiges Gremium von externen Fachleuten hat aus den eingegangenen Bewerbungen das Projekt von Forum ausgewählt. Die Durchführung der wissenschaftlichen Studie erfolgt erst extern und unabhängig, wird aber von der EKD und den Landeskirchen finanziert. Dafür sind 3,6 Millionen vorgesehen. Ziel der Studie ist eine neue Grundlage für unsere institutionelle Aufarbeitung abzusichern. Wir wollen Zusammenhänge besser verstehen und damit Risiken minimieren. Die Forumstudie wird im Jahr 2024, im Januar, von den Beteiligten der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Forumstudie besteht aus fünf Teilprojekten. Wir sind im Teilprojekt A beteiligt, das aus einer historischen Perspektive den kirchlichen und öffentlichen Umgang mit sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche untersucht. Hier haben wir im Rahmen der qualitativen Forschungsinterviews mit vier Betroffenen zur Verfügung gestellt und sind da überproportional vertreten, was zeigt, dass wir auch in diesem Feld schon gut unterwegs sind. Das quantitative Teilprojekt E ermittelt Kennzahlen zur Häufigkeit und beschäftigt sich mit der Aktenführung. Hier sind bei uns ca. 8000 Personalakten in einer wirklich großartigen Horuck-Aktion aus den Jahren 1946 bis 2020 mit einem Aktenscreening unterzogen worden. Die Zahlen aus diesem Teilprojekt 49 Beschuldigte, 125 Betroffene, stellen freilich nur das Hellfeld sexualisierter Gewalt in der EKM dar. Das Dunkelfeld wird erheblich größer sein. Das hat unterschiedliche Gründe. So sind nicht alle Fälle sexualisierter Gewalt aktenkundig geworden. Die Akten privatrechtlich Angestellter sind dezentral in den Kirchenkreisen gelagert und konnten bisher nicht in die Recherche einbezogen werden. Wir bleiben deshalb darauf angewiesen, dass diese betroffenen Personen sich bei uns melden, damit wir ihren Fällen nachgehen können. Der Umgang mit und die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt bleibt auch künftig ein Schwerpunkt für uns. Ebenso die Präventionsarbeit. Dabei ist der entscheidende Blick auf das, was Betroffenen angetan worden und wird und welche Mechanismen solches Vorgehen begünstigen unsere Verantwortung. Wir müssen unser Reden und Handeln immer wieder darauf hin überprüfen, wie das, was wir sagen und tun in den Ohren von betroffenen Personen klingt. Wie können wir als Kirche so reden und handeln, dass das, was Menschen mit sexualisierter Gewalt angetan wurde, ans Licht kommt und nicht verschwiegen werden muss? Dass sie spüren, du bist gesehen und gehört, wo wir als Kirche die Perspektive der betroffenen Personen einnehmen, wenn wir ihnen zuhören und sie als Subjekte wahr und ernst nehmen und ihnen einen Ort in unserer Gemeinschaft geben, dann wird unsere Kirche mehr und mehr das sein können, was sie nach dem Evangelium sein soll. Sexualisierte Gewalt in unserer Kirche ist nicht nur ein Thema der Vergangenheit, sie geschieht auch heute. Deshalb müssen wir alle in unserer Kirche dazu sprachfähig und aufmerksam werden. Das kann nur gelingen, wenn wir nicht über die Betroffenen reden, sondern mit ihnen. Ich bin darum sehr dankbar, dass dazu auf dieser Synodattagung Gelegenheit sein wird und dass auch die Betroffenen dazu bereit sind. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Wir wissen um die Schwäche der sanftmütigen Haltung und dennoch lassen wir uns von Jesus ermutigen, mit sanften Mut, das erbitterte Streiten und den ständigen Unfrieden unter uns Selbstgerechten zu überwinden, damit wir als Kinder Gottes leben. Dazu helfe uns Gott. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.